Vor 2700 Jahren gründete König Assurbanipal von Assyrien in der antiken Stadt Ninive die weltweit größte Bibliothek. Diese wurde nicht nur zum Zentrum seines Wissens und zur Festigung seiner Macht genutzt, sondern ist auch heute eine unverzichtbare Quelle der Weisheit für die Wissenschaft und Forschung über das alte Mesopotamien. Die Entdeckung der Bibliothek im Jahr 1849 durch Henry Leart brachte zahlreiche Keilschrifttafeln ans Licht, die aus der Zeit der Sumerer stammen und die ältesten bekannten Schriftzeugnisse der Menschheit darstellen. Die Tafeln, hauptsächlich auf Ton geschrieben, überlebten den Brand des Palastes, was ihre Langlebigkeit im Vergleich zu Papyrus unterstreicht. Sie umfassen wirtschaftliche, administrative, literarische und religiöse Themen und bieten einen Einblick in das Wissen und die Kultur der damaligen Zeit. Einige der Texte in Assurbanipals Bibliothek beziehen sich auf die Göttin Nisaba, die als erste Verfasserin einer Tontafel genannt wird. Außerdem gab sie den Menschen die Schrift, indem sie sie unterrichtete und anwies, ihr Wissen weiterzugeben. Die Erfindung der Schrift markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, der sowohl kulturelle als auch gesellschaftliche Transformationen mit sich brachte. Diese Entwicklung revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen kommunizierten, Informationen bewahrten und Wissen weitergaben. Doch wer ist diese bedeutende Gottheit, Nisaba? Auch Nisaba oder Nidaba genannt, ist eine Göttin der sumerischen und arkadischen Mythologie, die besonders mit der Schrift, der Weisheit und der Vegetation assoziiert wird. Ihre Verehrung und Bedeutung erstreckt sich über mehrere Jahrtausende und reflektiert die kulturellen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen in Mesopotamien, insbesondere in der sumerischen und arkadischen Zivilisation. Nisaba war ursprünglich eine Göttin der Vegetation und Fruchtbarkeit, insbesondere des Getreides. Mit der Zeit erweiterte sich ihr Einflussbereich und sie wurde auch als Göttin der Schrift und Weisheit anerkannt. Diese Entwicklung spiegelt die Veränderungen in der mesopotamischen Gesellschaft wieder, wo die Schrift als wesentliches Werkzeug für Verwaltung und Bildung immer wichtiger wurde. In der sumerischen Mythologie gilt Nisaba als Tochter des Enki, des Gottes des Wassers und der Weisheit, und der Ninhursag, der Göttin der Erde. Diese göttliche Abstammung betont ihre Verbindung zu beiden Elementen, der Erde, die Getreide hervorbringt, und der Weisheit, die für das Verstehen und die Verwaltung der Ernte notwendig ist. In Darstellungen erscheint sie manchmal mit einem Schreibgriffel, was ihre Rolle als Schutzherrin der Schrift und der Schreiber unterstreicht. Ihre Verbindung zur Landwirtschaft wird durch Ehren oder Getreideehren symbolisiert, die sie häufig in der Hand hält. Ihre Kultzentren befanden sich hauptsächlich in Eresch und Lagash, wo sie in Tempeln verehrt wurde. Ihr Haupttempel in Eresch war ein wichtiges religiöses Zentrum, das auch als Ort der Bildung und Schriftgelehrsamkeit diente. Die Priester und Priesterinnen, die ihr dienten, galten als Eingeweihte, sie waren oft auch Schreiber und Gelehrte, was ihre Rolle als Göttin der Weisheit unterstreicht. Zu ihren Ehren wurden verschiedene Feste und Rituale abgehalten, die sich auf die Ernte und die Schrift bezogen. Diese Rituale beinhalteten Opfergaben von Getreide und anderen Feldfrüchten sowie das Rezitieren von Hymnen und Gebeten, die ihre Weisheit und ihre schützende Hand über die Schrift und die Landwirtschaft lobten. Nisabas Bedeutung in der mesopotamischen Gesellschaft war vielschichtig. Als Göttin der Schrift spielte sie eine zentrale Rolle im Bildungswesen und der Verwaltung. In einer Gesellschaft, die stark auf schriftliche Aufzeichnungen angewiesen war, um komplexe Handels- und Verwaltungssysteme zu betreiben, war ihre Verehrung von großer Bedeutung. Die Schreiber, die als ihre besonderen Schützlinge galten, hatten eine wichtige Stellung in der Gesellschaft und wurden hochgeschätzt. Ihre Rolle als Göttin der Vegetation und Fruchtbarkeit war ebenfalls zentral für die agrarische Gesellschaft in Mesopotamien. Die Landwirtschaft war die Basis der mesopotamischen Wirtschaft und eine erfolgreiche Ernte war entscheidend für das Überleben und den Wohlstand. Indem sie die Ernte segnete und die Felder fruchtbar hielt, trug Nisabas wesentlich zur Stabilität und zum Wohlstand der Gesellschaft bei. Mit der arkadischen Eroberung und der darauf folgenden Vermischung der sumerischen und arkadischen Kulte wurde Nisabas auch in die arkadische Religion integriert. Sie wurde weiterhin als Göttin der Schrift und Weisheit verehrt und ihre Rolle wurde sogar erweitert. In der arkadischen Mythologie ist sie auch mit den Sternen und der Astronomie verbunden, was ihre Assoziation mit Weisheit und Wissen weiter verstärkt. Nisabas wird in vielen sumerischen und arkadischen literarischen Werken erwähnt. In Hymnen und Gebeten wird sie oft als die göttliche Schutzherrin der Schreiber gepriesen. Ein bekanntes Beispiel ist die Hymne an Nisabas, in der sie für ihre Weisheit und ihre Gabe der Schrift gepriesen wird. Diese Texte bieten wertvolle Einblicke in die religiösen Vorstellungen und die gesellschaftliche Bedeutung der Göttin. Der Mythos von Nisabas und der Erfindung der Schrift betont die göttliche Inspiration und die Bedeutung der Schrift für die menschliche Zivilisation. In den frühen Tagen der Menschheit, als die Götter noch unter den Menschen wandelten, sah Nisabas das Bedürfnis der Menschen, ihr Wissen zu bewahren und zu teilen. Sie wanderte durch das Land und beobachtete die Menschen bei ihrer Arbeit und in ihrem täglichen Leben. Schließlich setzte sie sich am Ufer des Euphrat nieder, nahm ein Stück feuchten Tons und formte es zu einer Tafel. Mit einem Schilfrohrstängel, den sie zu einem Griffel formte, begann sie, Zeichen in die Tontafel zu ritzen. Die ersten Worte, die Nisabas in den Ton ritzte, waren eine Hymne an die Götter und eine Beschreibung der natürlichen Welt. O An, höchster Vater der Götter! Erde und Himmel hast du geschaffen! O Enlil, Herr des Sturms und der Winde! Dein Atem bringt Leben und Wachstum! Gras und Schilfrohr, Korn und Gerste! Wachsen in Fülle durch eure Gnade! Mensch und Tier, Fluss und Berg! Alles ist euer Werk, euer Geschenk! Natürlich gibt es verschiedene Interpretationen solcher Texte, aber so oder so ähnlich haben sie wohl geklungen, die Worte, mit denen Nisabas den Grundstein legte, für die schriftlichen Überlieferungen. Sie zeigte den Menschen, wie sie den Ton formen und mit dem Griffelzeichen hineinritzen konnten, um ihre Gedanken und ihr Wissen festzuhalten. Heute wissen wir, viele Texte wurden als geheime Texte deklariert, die nur für eingeweihte Augen bestimmt waren und nicht für alle Menschen zugänglich gemacht werden sollten. Heilige Texte wurden auch oft mit den Worten Kainima signiert, was bedeutete, dass sie in keiner Form verändert werden dürfen. Vor der Erfindung der Schrift verließen sich Gesellschaften auf mündliche Traditionen, um ihre Geschichte, Gesetze und Kultur zu bewahren. Dies war anfällig für Verzerrungen und Verluste im Laufe der Zeit. Mit der Einführung der Schrift konnte Wissen nun aufgezeichnet und genau über Generationen hinweg bewahrt werden. Dies hatte weitreichende Auswirkungen auf alle Bereiche des menschlichen Lebens. Ein bedeutendes Resultat der schriftlichen Aufzeichnung war die Entwicklung komplexer Verwaltungssysteme. Durch schriftliche Aufzeichnungen konnten Regierungen und Verwaltungen effizienter arbeiten, Steuern erheben, Eigentum sichern und Handel betreiben. Dies förderte nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern stabilisierte auch die sozialen Strukturen innerhalb der Gesellschaft. Darüber hinaus ermöglichte die Schrift den Aufstieg von Berufen wie Schreibern und Gelehrten. Diese Individuen spielten eine entscheidende Rolle als Hüter des Wissens und der kulturellen Identität. Sie wurden hoch geschätzt und hatten direkten Zugang zu den Aufzeichnungen und Lehren der Göttin Nisaba, die ihnen heilige Hymnen und spirituelle Erkenntnisse übermittelte. Dies trug zur Entstehung religiöser Traditionen bei, da Schreiber oft auch in religiösen Riten involviert waren und göttliche Offenbarungen dokumentierten. Insgesamt kann man sagen, dass die Erfindung der Schrift durch Nisaba nicht nur die materiellen Aspekte des menschlichen Lebens verbesserte, sondern auch tiefe kulturelle und spirituelle Dimensionen schuf. Sie legte den Grundstein für die Entwicklung von Literatur, Philosophie und Rechtssystemen, die die Grundlage für komplexe Zivilisationen bildeten. Ohne die Schrift wäre das menschliche Erbe unvollständig und unsere Welt heute unvorstellbar anders. Nisaba und die Schrift sind somit nicht nur historische Figuren und Werkzeuge, sondern Symbole für die Menschheit, die durch Wissen und Weisheit wächst und sich weiterentwickelt. Während der Mythos von Nisaba eine kulturell bedeutende Erzählung ist, bieten archäologische und linguistische Untersuchungen eine wissenschaftliche Perspektive auf die Entstehung der Schrift. Die frühesten bekannten Schriftzeugnisse stammen aus Mesopotamien und Ägypten, etwa um 3200 vor Christus. Die sumerische Keilschrift und die ägyptischen Jeroglyphen sind die ersten Schriftsysteme, die unabhängig voneinander entwickelt wurden. Die frühesten Schriftformen wurden hauptsächlich für administrative und buchhalterische Zwecke verwendet. Sie halfen bei der Verwaltung von Handelsgütern, der Erhebung von Steuern und der Aufzeichnung von Gesetzen. Aber es gibt mehrere Keilschrifttafeln, die Hymnen, Gebete und mythologische Texte enthalten, die Nisaba erwähnen. Diese Tafeln stammen hauptsächlich aus der Zeit der sumerischen und altbabylonischen Zivilisation. Ein Beispiel könnte eine Tafel aus der Stadt Nippo sein, die für ihre umfangreiche Sammlung an religiösen Texten bekannt ist. Eine typische Hymne an Nisaba könnte so aussehen. Nisaba, Göttin der Weisheit, Du, die das Schilfrohr und den Griffel hält, Lehrerin der Schreiber, Hüterin des Wissens, Durch dich sind die Worte geformt, Durch dich sind die Tontafeln beschrieben, Segen und Weisheit fließen aus deinen Händen. Der Mythos von Nisaba und der Erfindung der Schrift ist eine kraftvolle Erzählung, die die Bedeutung der Schrift für die menschliche Zivilisation unterstreicht. Nisaba, als Göttin der Weisheit und des Schreibens, symbolisiert die göttliche Inspiration und die transformative Kraft des geschriebenen Wortes. Durch ihre Tat, die ersten Worte in Ton zu fixieren, schenkte sie den Menschen ein Werkzeug, das es ihnen ermöglichte, Wissen zu bewahren und weiterzugeben, und legte damit den Grundstein für die Entwicklung der Zivilisation. Die wissenschaftliche Erforschung der Schrift und ihre Ursprünge ergänzt diese mythische Erzählung, indem sie konkrete archäologische und linguistische Beweise liefert, die die frühe Entwicklung und Nutzung der Schrift in der menschlichen Geschichte dokumentieren. Zusammen bieten Mythos und Wissenschaft ein umfassendes Bild von der kulturellen und historischen Bedeutung der Schrift.